so heute tun wir mal selbst die beschissenen scheiß wer ist das hier scheibenwischer sind so langsam wieder blinker sind schon fertig ich hab den ja schon gekauft gehabt aber ich fahr jetzt zur werkstatt sind die teuer den neuen oder den alten ich weiß gar nicht gibt es da gibt es doch nur ein nein es gibt zwei ja ich hab den ich guck gleich mal wieder heißt da sehe ich das keine ahnung strahl ist ich glaube das ist der alte irgendwie hast du es nicht active space super ist er bei mir der ente ist oben ach so dann ist es der alte keine ahnung der hat aber nicht 4 newtonmeter nehm ich den neuen oder den alten beide sind gleich teuer ne sind die gar nicht haha ach ich hab die ganze zeit äh das ist so ne kleine karre alter der wagen ist so mini mini ich bin grad überlegen ob ich den neuen nehme oder den alten nehm ich guck mal ich guck mir nachher mal den gleich mal den unterschied an nehm ich nehm mal den neuen ausführung ändern oh ah ja stimmt gleich mal den leoparden style nehm warte mal die soma was hast du ne für den gibt es kein vierachser Echt nicht? Tatsächlich Ist ja mal homo, asozial, sexual Geil, schwuchtliger Leoparden-Style, alter, heftig Sieht leicht gay aus, die Karte Hm Ne, ich nicht mal den normalen 2-Achse 560 PS No 12-Gänge-Retarder Ja, den Ja, den Oh Gott, sieht der komisch aus Geht, ist okay Ist halt nur sehr klein, die Karte, alter Ja Modern, verchromt, wohl Verchromt, ah ok Gibt zwei verschiedene, äh, wie heißt das hier, äh, Spiegel Cool Hm Denk, ah, gleich dreifach Auspuffanlage, alter Fick doch die Warte Ah Denk schon, denk schon, Alter Immer schön dran denken, auch mal ab und zu mal rausgehen und kurz was, und kurz fahren Ja, ganz ruhig, Alter, so lange brauch ich hier eigentlich Ich sag's nur Hm, sag's auch Hey, du, Alter Das ist obligatorische YouTube und BoggyLP Oh, oh, oh Oh, oh Oh Alles raufklatschen, was, äh, nicht nido-nagelfest ist Aber richtig, ne? Das muss drücken, wenn die Sicht Hör mal Alter Alter, sieht doch billig aus drin, der Liche Hm, ja Oh, Alter 155.000 bin ich schon, verdammt 155.000? Ja Bei mir sind's 226.000 Ja, ich hab ja die Karte schon, deswegen Ah, ja, stimmt Da gibt's nur Raven Oh Ach, das hast du ja noch gar nicht Haha Nöhöhöhöh Alter, das Lenkrad ist ja echt mal nervig, echt der GV, hm? HB So Dann mal kurz Kaufen Oh Alter, ich sitz schon so weit wie hinten möglich hin Jetzt muss ich den Scania, ähm, nach Wexio bringen Okay Das ist voll nervig mit dem Lenkrad, Alter Das Lenkrad ist so klein, also man sieht nicht, hat nicht so'n Blick wie beim anderen Ich seh nur das halbe Lenkrad zu dem Motor Ich seh nur das halbe Lenkrad zu dem Motor Scheiße, was denn hier in der Werkstatt in Brüssel? Verdammt sieht meine Karre schwul aus, echt Leopard-Style Leopard-Style Ja, andere LKWs mal fahren, muss er auch mal sein Auch wenn ich den hier schon nicht mehr mag Doch, der ist doch cool Ja, cool ist er Doch, der ist cool Oh, hier ist gerade ein Tuning-Trev Ach ja, warte mal, ich guck mal mal den anderen, ich ficko an, ne Ach, das ist der neue, der Iveco-Strahle-Style-Style-Style-Style-Style-Style-Style-Style-Style-Style Einen schönen Knüppel für das Lenkrad Ich seh nicht, wo das Verkaufsteil ist, ey Habe ich bei mir auch gerade nicht gesehen Bist du auch gerade in Brüssel? Ich bin in Rotterdam Achso Wo ist das Verkaufsteil? Ist weg Ach, da ist es, da ist es, da ist es, ja Oh, puh Heftig, Alter Das lass' ich mal Das lass' ich auch mal, so Das lass' ich auch, das lass' ich auch So Echt dreckig erwärmlich, die Karte Dann wollen wir mal gucken Lackierung Hm Was ist denn los hier eigentlich, Alter? Wie viele sind hier in der Nähe? 66? Geht doch Na, einige beschweren sich hier, die haben nur 10 Frames und so, die sind los Ja, wenn du PC ist halt, ne? Mit einer 1050 TI hat er gerade geschrieben Oh, Alter Nice Boah Es gibt schon geile Lackierungen Ja, Mann, die Kanadier Lackierungen, die sieht auch geil aus Ah, stimmt, ich wollte eine andere Lackierung für den nehmen, haha Hey Warte mal Warte mal Oh nein Hörst du das gerade? Ja Oh nein Hoffentlich nur Fehlalarmen Boah, Alter, das sieht geil aus Boah, das sieht an dem Wagen geil aus Boah Das nehme ich, glaube ich Ah, Mann, jetzt muss ich die Reifen, Felgen wieder umändern Ja, Mann, das nehme ich Wäre doch geil, wenn hier ist das hier direkt bei dir Feuereisse Hm? Achso, nee Nee, ich habe schon genug, äh, diese, äh, ja genug erlebt Dieses Wochenende Man muss nicht dazu sagen, ich, Doofkoff, habe mich ausgesperrt Tja, so ist das mit dem Wagen, wie es da Ja Ja, Mann, der LKW ist jetzt geil Ach, ich glaube, ich mache ein Zyklobenauge dahin Ich mache deine Mama dahin, Alter Jetzt habe ich ein Zyklobenauge Klobenauge So Was ist los? Ich stand so, dass ich nach rechts fahren musste und nicht nach links, ich bin voll gegen das Haus gebreddert Aua So Dann Wollen wir mal Garage Manager Rotterdam So geil war dieser Darwin da, Alter in einer so Aufnahme Schnell weiter Oh Alter Oh Einen FPS oder was? Wollt So 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 Warte mal, Bremse habe ich nicht, hier ist halt voll, ne? Ja, gut. Dann bist du schon in der Nähe, mein Junge. Ja. Aber guck noch eine... Ach, ist doch egal. Ich habe eine Japan-Lackierung. Achso, ja, die habe ich. Also, die sehe ich. Ja, weiß ich. Ach, die, ja, ja. Die ist geil, die passt auch richtig zu dem LKW. Und ich stehe hier rechts von dir. Ja, ja. Ich muss aber hier nochmal kurz rein. Ich habe den Innenraum noch gar nicht gemacht. Ich guck mal, was ich so für Touren habe. Oh, Munition mit Kran. Oh, bitte sag mir, dass du was nach Berlin hast. Bitte sag mir das, was du mit Berlin hast, dann kann ich endlich mal das Ding an der Kran an der Seite, weißt du? So, Laptop. Diesmal will ich einen Herzchenplüsch an den Dings haben. Oh, Herzchenplüsch. So, und die, äh, die Weihnachtstischdeckel. Oh. Oh, oh. Ja, das passt ja richtig geil so, aber das nehme ich nicht. Auch wenn das, äh, der Innenraum billig aussieht, äh, irgendwie ist das schön hell. Alter, die Karre hat einen Durchschnittsverbrauch von 93,4 Liter. Aber was hat denn der Typ damit gemacht, ey? Schönes Wort. Ah, ne? So, jetzt sag mir, dass du was nach Berlin hast, okay? Ach, du hast auch ein, äh, Zyklopemauge. Dreier Zyklopemauge. Ab nach Berlin. Geil. So, ähm. Dann wollen wir mal gucken. Oh, kann sein, dass ich noch auf... Oh, bitte sagen wir mal. Frachtmarkt, ich hab was, okay. Berlin, komm, Berlin. Hmm, Berlin, Bremen, Düsseldorf. Schiffi, London, 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 London. Nichts nach Berlin. Ich muss mal die Rechnerin hören. Extern. Ja, Leon, äh, Manuel, Jörg, 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 Jörg. Jörg, 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 Jörg. Ja, hast du? Ah, nein, ja, Hamburg, ja. Hast Berlin? Ja, in Rotterdam. sehr gut ja dann nehm ich den jetzt an weil dann nehm ich den mit dem kran nämlich mal geil ja ich hab frischen fisch ich weiß nicht ob der bei dir frisch ist alter von den mitteln meiner mutter alter ich hab hier echt sehr wenig frames gut ich hab 30 oder so ich gerade nicht nur black dog okay I am Chinese you are got Chinese Munition, Alter geil, endlich mal das Ding mit dem Kran, das ist das erste Mal, dass ich den fahr Ich hab den auch noch nicht gefahren Alter Ich hatte eine Tröte hinter mir Bisschen, ach da, ok Ey cool, der Anhänger passt zu meinen, äh, 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 zu meinen, zu meiner Lackierung Na gut, fast Alter, Black Dog Na, wo bist du jetzt? Alter Äh, was sind denn hier für lahmerschie... Hä, wo bist du denn da? Komm doch, Black Nugget Äh, Black Nugget Alter, der zuckelt hier durch die Gegend, als ob er irgendwie nur einen FPS hätte Boah Alter Ach, da bist du Du fährst jetzt links, ne? Ja, ich fahr den zu dir gerade sogar Ja gut Hab aber rote Ampel Und noch ein Iwiko Hast du auch Regen, ne? Ja, doch Alter, das ist, äh, äh, ekelhafte, äh, Blinker-Reräusch Mann Kannst du losfahren Dynamit Ne, Munition Na, ist, äh, ähnlich Aber mal den Hänger, äh, ist ja geil Alter Boah Ich, ich hör, du wirst noch explodieren Aber der zieht gar nicht mehr so schlecht Das ist okay, ne? Man könnte denken, der könnte weniger Weil ich hab 22 Tonnen hinten drauf Ich denke Geschwindigkeitsübergreifung, also ich fahr 52, Alter, seitdem ich, ne? Hundertdreitausend habe ich noch, also hätte ich mir die Hundertdreitausende gar nicht abhören brauchen Na, nicht schlecht Ah ja, du hast ja einen externen Auftrag Oh, Alter, sponnt auf einmal einer Oh, Alter, warme Blinkanlage ist anstrengender Was hab ich denn? Nö, 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 nö Ah, hab das gemacht Alter, was hat meiner denn für ne Hupe? Meiner hat ne andere, hä? Haben wir verschiedene? Hey, ich hab ja halt den neun. Achso, ich hab den alten, deswegen. Hä, deswegen hab ich halt den neun, den neun genommen. Meine Bellu-Hupe. Äh... Hm. Das ist leicht der falsche Weg, mein Junge. Bist du vorbei, oder? Ja. Alter, was ist da denn schon wieder los? Das ist Rotterdam, ne? Alter, guck mal hier, wie viele Autos. Ja, deswegen sind wir auf die Frames hier so runtergedrückt. Ich lach dir jetzt. Was war das denn grade für ne Lache? Boah, Alter, ich bin heute echt überspiegelt. Sklaverst du, du hast doch geschlafen den ganzen Tag heute. Ja, deswegen bin ich ja auch nicht so wirklich fett gewesen. Ich hab ja auch länger geschlafen, als ich an ihm wollte. Wollen wir mal hier vergessen, aber meinen Wecker zu stellen. Egal. Schlüssel vergessen, Wecker vergessen. Läuft. Mein Leben vergesse ich auch noch. Ach, du fährst ja nur 110, ups. 110? Äh, 90 so kannst du nur fahren. Ich fuhr grad 110, ne? Sag mal, da kommt einer von hinten, Vorsicht. Ich hab ausnahmsweise mal nicht den Holzknüppel, sondern, wie heißt das hier, den... Ach, das hab ich gar nicht geändert. Carbon. Das nächste Mal. Ich weiß nicht, was bei mir passen würde. Carbon könnte auch passen, ja. Auch wenn hier nix Carbonmäßiges ist. Ja, aber das sieht halt diesen Klassik-Kunststoff am ähnlichsten. Manchmal wünschte ich mir, man könnte noch viel, viel mehr ändern. Boah, was hat der für eine Lenkung? Der zieht voll nach links, wenn ich wär's halt hier. Also der zieht zu sehr nach links. Alter. Also ich mag den bis jetzt. Der fühlt sich gar nicht so schlecht. Und der hört sich auch echt schön an. Gut, äh, deiner hört sich anders an. Ich find, der hört sich auch gut an. Der ist schön. Kein Wunder, dass der, ähm, Truck of the year war. Ich hab das Gefühl, der lenkt irgendwie so, als wenn die Reifen... Boah, Alter. Ja, ne, komisch, Alter. Der lenkt ganz komisch. Was? Als wenn die Reifen in der Luft wären, Alter. Okay, dann, ähm, dann... Dann, nee, dann hast du wahrscheinlich das gleiche Problem wie ich, dass, äh... Dein LKW irgendwie scheiße ist, äh, mit, äh, zwei, äh, zwei Achsen. Ja, das kannst du haben, weil der zu schwer hinten drauf ist, oder so. Boah! Ja, 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 das kann angehen. Dass du, äh, dass du dann vielleicht mal wirklich bei dem auf, äh, vier Achsen mal gehen solltest. Alter, Spiele, ja, da lass... Äh, drei Achsen. Ja, drei Achsen. Ja, dann lass uns mal auf die nächste Stadt, äh, die nächste Stadt, äh. Okay. Ja, waren wir ja gerade. Haha. Ja, leider. Boah, Alter, weil der zieht echt voll nach rechts. Ja, das, das Problem hatte ich ja mit, äh, mit irgendeinem LKW auch. Ich weiß jetzt nicht mehr welchen. Welchen hatten wir anfangs gehabt? Äh, diesen, äh, ich glaub das Problem hattest du beim DRF? Beim Volvo. Beim Volvo hatte ich den. Ja? Beim alten Volvo, genau. Okay. Alter, weil das ist ganz schön hart, ey. Mhm. Ich denke mal, dass das zu schwer hinten drauf ist und deswegen halt, äh, ähm, beschissenen Punkt hat. Also, äh, Schwerpunkt. Ja. Kann angehen. Oh. Aber ich glaub meiner... Ich kann das nicht so richtig testen, weil, äh, ich ja nur 95 fahren kann. Aber meiner fährt sich gut. Wüsste ich mal, leider. Ja, leider überhaupt nicht echt, überhaupt nicht. OOH. Alter. Ja, du musst jedes Mal gegenlenken, ne? Ja. Ja. Das ist halt dieses Problem. Du fährst wie auf Eis. Ja. Das ist... Ich glaub, ich werd, doch meiner lenkt auch ein bisschen... Oh, Alter. Heilige Scheiße. Ich würd meinen einfach auch einfach auf Dreiax machen Ich mag Dreiaxen Ja, wollen wir nicht hier runter? Ist nicht die nächste Stadt, ne? Ne, noch nie wirklich richtig Oh Mann, ey Du müsstest mir einen riesen Umweg eigentlich fahren Macht nix Solange du keinen Fehler machst Ja, das ist nur sehr schwer Deswegen, wie gesagt, können wir auch in Berlin umstellen Mal schauen Wenn wir jetzt an der Stadt vorbeikommen Die richtig nah dran ist, dann ja, aber so Du musst durchhalten Das ist ganz schön übel, dieses Gegensteuer Das ist falsch, ja Ich hätte ja auch meine großen Probleme damit gehabt Von hinten kommt gleich einer Aber ich weiß nicht, ob der schnell genug ist Doch, jetzt ist er schnell genug Naja Na? Warum? Wie heißt der? Irgendwas mit Justin oder so Austen? Ja Gemeldet Am Lkw 2% Last? Ja, ich meine, hinten 2% Toll What the fuck, Alter zieht er einfach rüber und zack fällig Und bei mir ist er wirklich anständig gefahren Der hat sogar kurz gehupt und so weiter Weißt du, was das Ding ist? Ich denke, viele machen das, weil sie sehen Oh, zerbrechliche Fracht Und dann kitzelt er das in der Eier Weißt du, sag ich Ja Ah, da wird so und so stehen Ergänzt, bla 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 Passiert nichts, weil ich kacke bin deswegen Ja, weil er jetzt anständig fährt und die Admins da nix sehen Tja Jetzt hier so, weil sie nix machen können Weil die vielleicht irgendwo anders Äh, mehr zu tun haben Ist nervig Naja, das ist nervig Das stimmt Und wir sind diejenigen, die Wir sind dann die Gearschen, wenn wir mal kurz Falsch auf die Tankstelle aufhören Ja, übel, ne, Alter Zack, sofort weg Und er rammelt mich weg, Alter Aber nicht nur so irgendwie Ups, gestriffen oder so Weil ich zu früh reingeschert bin Nein, Alter Richtig knibbel, weg die Scheiße Aber ne, bitte nicht Falsch verstehen jetzt Liebe Zuschauer Also wir Sagen jetzt nix Schlechtes über die Admins Die machen hier Das hat alles Pisser Definitiv Die machen hier einen guten Job Nee Äh Im größten Teil zumindest Es gibt natürlich auch ein paar Ärsche Klar Also nicht Ärsche, aber Die ein bisschen Aber naja Hammerhart, Alter Alter, mit dem Kommen wir die 90 kmh vor wie 25 Vor allem komme ich irgendwie nicht hinterher bei dir Da kommt noch einer von hinten, ne? Der fährt aber anständig Wobei, das ist bei dir ja Ich fahre die ganze Zeit so 90, 89 So, dann was da los Das ist aber ein cooler LKW, muss ich sagen Und mit der Lackierung sieht er echt so schön aus Retarder Dickes Air leuchtet auf, Alter Bei mir leuchtet nix Alter Diese schwammige Lenkung Alter, da muss ich aber wieder alles umändern, ne? Wenn ich diese 3-Achse mache Oh, das hasse ich, ey Das war die Farbe, dann wieder alles, ey Oh Das ist anstrengend, ne? Aber richtig Alter Viel Spaß gleich bei der Auffahrt Meiner zieht aber auch ein bisschen nach Aber nur ein ganz kleines bisschen Von meiner ganz schön übel Also das ist wirklich hart Oh, Alter, das ist ja wie driften hier, Alter Rechts einschlagen und dann wieder alles dann Nach links Schnell Ich frag mich, was man da Bei sowas falsch macht Weil irgendwas muss man ja dann falsch machen Was? Wenn man so dermaßen rutscht Ja, ich denk mal Wie gesagt, so viele Tonnen hinten drauf Und der LKW ist nicht schwer genug Und deswegen braucht er die 3-Achsen anstatt 2 Dass er hinten mehr Grip hat, meinst du? Ja Kann ich mir gut vorstellen Zum Führer Man könnte ja dieses eine Teil mit dieser Hebelachse Einbauen Mit dieser Liftachse Gibt es ja Ich glaub, die benutze ich dann auch Ja, die mach ich dann rein Oh, Alter Hör doch auf, ey Ich muss hier runter Ich auch Alter, stopp, bleib stehen Oh, Alter, hier war ihm gerade noch ein LKW auf der Ich hab es gesehen Uff Alter Ich hab den zu spät gesehen, weil ich gerade am Gänge rumfummeln war Alter Vor allem, was hat er gemacht? Wie kann man sich so, so scheiße drehen? Das war sicherlich absich Na, komm hoch hier Alter, wie sich, wie sich, äh, die, 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 äh Diese, äh, Weihnachtsbeleuchtung da oben, äh, wackelt Alter, keiner soll, du brauchst nicht hupen, weil ich stehe hier, oder? Ja Ich glaub, der wollte einfach nur guten Tag sagen Wobei das schon eher ein aggressives, äh, guten Tag war Guten Tag, du Arschloch! Da ist ne Firma Komm, wir haben wir in der Stadt vorbei Na egal, außer, das ist relativ weit außerhalb, oder? Ne, warum wir Ne, komm mal da oben, sieh Ach, komm mal da rechts Ah, komm mal, dann kommen wir da mal hin Ja, die Dinge mit, wa? Was ist denn das? Weiß ich auch nicht, das Ich hab da gerade ein O gesehen Ja, das war's noch gut Nein, oh Oh Gott, das ist, das ist brutal hier, ja. Jetzt siehst du mal, wie das bei mir immer ist. Alter. Asama, Asama war da mal hart dran. Alter, ich darf ja echt nicht zu... Alter, wow! Der ist voll auf meine Seite gezogen, der Penner. Ich hab den zweiten gar nicht gesehen. Ja, der ist voll auf meine Seite gezogen. Bei dir war er noch anständig, aber dann... Ich fahr ein bisschen zu dicht auf. Aufrüstung. Dann wollen wir mal kurz ganz schnell ändern. Ah, ich hab so viel Geld gar nicht. Ich glaube, ich muss mehr Kredit nehmen. Na toll. Midlift, Taglift. Midlift. Ich glaube, den Taglift will ich haben. Genau, Taglift. Da kann ich nämlich die hintere Achse ausfahren. Und er bleibt dann trotzdem noch wendig. Und dieser Fahrweg... Wollen wir mal genau, welcher ist das? Der Taglift, oder? Der Taglift ist mit der hinteren Achse hoch. Und der Midlift ist mit der mittleren Achse hoch. Genau, und welchen nimmst du? Ich nehme den Taglift. Achso, und die kann man nach unten machen, der nur ist. Genau. Muss ich nur gucken, welche Tasse das ist. Und er behält dann halt seine Wendigkeit noch. Du nimmst welchen den Taglift, ne? Genau. Alter, jetzt muss man alles wieder neu machen, das nervt mich richtig, Alter. Wer ist auf die Idee gekommen? Ja, das ist echt dämlich. Oh, ja gut. Wasser ist gut. Wasser ist gut. So. So, kurz Lackierung. Japan-Kacke dran. Wo ist Japan-Kacke? Da, Japan-Kacke. Ähm... Eloi. Das ran. Oh, ja geil. Teu, nur noch einen normalen Ausbruch weiter. Wie viele die da passen jetzt rein, in den 20 gehört? Mhm. So, nochmal Innenraum. Äh? Ach da. Ah, okay. Carbon? Ja, Carbon passt perfekt. So, jetzt hab ich die hintere Achse oben. Oder? Wollen wir mal? Ich hab beide jetzt unten, glaub ich. Ähm... Mhm. So, und wie kann man die jetzt umändern? Wollen wir mal? Weil auf dem Bild hab ich die... Mal gucken, testen unknapp. Wie heißt das? Lift, ne? Denk ich mal. Ja, Liftachse. Heben, senken. Äh, LKW-Achse heben, senken. Uh, okay. Ob sich da was ändert bei mir. Naja, toll, Alter, ich seh hier rein gar nicht solche Spinner... Ach, du bist das. Ach, Achse konnte nicht angehoben werden. Äh, äh, Anhänger ist zu schwer. Ah, okay. Mal gucken. Das heißt, ich werde mal kurz, ähm... Ja. Zu schwer, okay. Mal kurz meinen Anhänger absetzen. Dürfte der ja nicht mehr so schwer sein. Ja, siehst du, nichts war getan gegen den Typen, Alter. Obwohl der mich richtig gefickt hat. So. Und jetzt auf U. Ja, ich hör's. Und oben ist das Ding. Geil. Jetzt mal, jetzt sind wir die Trucker-Profis hier. Da wollen wir nochmal hoch, runter machen. Zack. Alter, ich kann nicht weg mit dem LKW, äh, mit dem Hänger. So. Ja. Ja, du musst dir halt jetzt bedenken, dass du mit, ähm, runtergezogener, ähm, Achse natürlich auch nicht mehr so wendig bist. Ne, ich kann gar nicht losfahren, Leute. Mhm. Aber jetzt. Mal gar nicht, guck, oh, warte mal kurz, ich muss mal was ändern. Ja, ich auch. F4. Genau. Und Dach. Licht an. Blinken. So. Blinker. Oh. Alles testen. Und los geht's. Ich lass den nochmal vor hier. Ja. Alter, was ist denn jetzt? Och, die sind doch so geändert. Was sind das für Idioten wieder? Ach, die sind doch alle so geändert, Alter. Ich hoffe, die sterben. Get cancer! Ich quetsch mich hier einfach durch. So. Und los geht's. Ja, das geht doch viel besser gleich. Ja, ne? Ja, war, war der Anhänger wirklich ein bisschen schwer. Huch, alter. Alter. Alter, wie, alter denn? Lenkverhalten komplett anders jetzt. Ja, ich mag das überhaupt nicht, ehrlich. Bei denen finde ich das aber auch irgendwie gerade komisch. Egal. Beschleunigung auch ganz anders, Alter. Was ist denn los, aber? Ja, weil der LKW jetzt auch schwerer ist. Naja, heftig. Oh, wie viel Lieder habe ich jetzt noch drin? Alter, nur noch etwas über 300 Liter. Was ist los? Wow. Wie viel war vorher drin? Weiß ich nicht. Habe ich nicht drauf geachtet, aber... Scheiße. Ich komme nur 600 Kilometer weit oder sowas. 700 knapp. Ah, das ist der erste LKW, bei dem ich das jetzt echt habe, Alter. Dieses schwammige. Ich glaube, du hattest den neuen Volvo, oder? Ja. Ja. Ich hatte ja den alten genommen. Echt? Glaube ich, oder? Nee, ich habe doch den neuen genommen, oder? Ja. Weiß ich nicht mehr. Scheiße. Definitiv, den neuen. Bin ich mir sicher. Ja. Ja, hattest du den neuen, ja. Du fährst ja gerade mit denen sozusagen so. Oh, jetzt habe ich aber irgendwie das Problem. Echt? Hä? Irgendwie ist das gerade... Hast du die Liftachse noch unten? Nein, 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 nein. Die habe ich wieder unten unten. Bin ich zumindest der Meier. Ja, bin ich unten. Alle Reifen drehen sich. Ich habe auch kein optimales Fahrverhalten mit dem, aber es geht. Das erinnert mich mal, dass ich mal einen LKW gesehen hatte, der an der Ampel stand, wo sich die Hinterachse aber noch gedreht hatte. Oh, ne. Während er stand. Ich habe meinen LKW gesehen, der mit einem Reifen abgehoben ist, weil er so um die Kurve gezogen ist, ja. Gott. Aber das sieht jetzt ein bisschen besser für mich. Ne, schlechter. Bei dir? Ja, bei mir deutlich schlechter. Alter. Hast du die vielleicht... Ne, du hast die auch bei mir. Ja. Ich habe mich immer weit aus dem Fenster gelehnt und einmal nachgeguckt. Ja, hast du mal gemacht. Freundlich für mich, sehr freundlich. Ja. Aus dem Fahrrad in ein Auto gesprungen und wieder reingesprungen. Geil. Eine Kleinigkeit für Chuckie-Chan. Chuck Norris, Junge. Chuck Norris, äh... Chuck Norris lenkt nicht den LKW, Alter. Der LKW lenkt Chuck Norris, ja. Genau. Boah, Alter. Jetzt habe ich echtes Problem. Okay. Hä? Hä? Egal. Nö, was? Wo war der denn? Auf der anderen Straßenseite. Ich bin aber auch noch nicht so zufrieden, ne? Der... Oh! Der Lenk... Also der Wagen ist schlecht. Vom Lenkverhalten übertrieben schlecht. Ja. Ich habe das auch noch teilweise, wenn ich ein bisschen zu stark einlenke. Ja, ich habe das jetzt mehr irgendwie. Lol. Ganz komisch bei dem LKW. Vielleicht liegt es an der Achse. Vielleicht an der Achse? Naja. Also... Vielleicht hätte man eine andere nehmen sollen, aber kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Boah! Alter, hast du das gesehen? Ich bin grad voll nach links abgedriftet. Das ist ja komisch jetzt. Boah! Das ist jetzt wirklich mysteriös. Also wenn das mit den anderen LK... Boah! Mit den anderen LKWs auch ist, Alter, haben wir irgendwie einen Bug oder so gefunden. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, was wir falsch machen, dann schreibt's gerne in die Kommentare, weil... Äh... Als wenn der vorne hängt. Das ist ja nicht das erste Mal. Also, ne? Ja, ja. Als wenn der vorne oben ist. Während man leckt. Ja, genau. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas habe. Bei dem hier geht das jetzt auch. Aber ich fahr ja auch nur maximal 90. Wir haben nämlich leider nicht so viel Ahnung von LKWs. Ja, ja. Das find ich komisch, dass der so... ...macht. Oh, da kommt jemand doch auf unsere Spur, aber der fährt jetzt schon schneller. Richtig. Das sah auf der Kahl ganz anders aus. Ja. Naja. Ich dachte, der kommt uns entgegen, Alter. Das ist ein Geisterfahrer. Naja, die Tour jetzt fertig machen und dann wieder schön unseren Skoda. Äh, muss gar nicht. Du bist voll süchtig nach Skoda, ne? Ja, Alter. Kale, wie heißt der? Duisbock bringt echt Spaß. Ja. Sollten wir aber echt nicht zu viel machen. Sonst wird's irgendwann doch langweilig. Ja, wenn nicht privat. Also musst du ja nicht alles aufnehmen, was wir machen. Doch, das schon. Die Frise. Ich bin Aufnahme geil. Naja. Ich brauch Folgen, 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 Klicks, Klicks, Views. Folgen, Folgen, Abonnenten, Folgen, Folgen. Deine 15. Du bist da, weißt du. Ja. Aber ich glaub, die verteilen sich alle so in die verschiedene Projekte, sag ich mal. Naja. Weil ich ja halt zum Beispiel bei Ark halt so halt die und die Zuschauer habe. Bei Eurotraxion und die und die. Jetzt hab ich gepupst. Bei Rochenklick mal eher die und die und dann und die. Oh, ich hab das Gefühl hier geht's bergauf. Der LKW lenkt doch gut. Nee. Irgendwie mein er nicht, ehrlich. Also. Ich hab's wieder. Dieses Problem. Nicht mehr zu extrem, aber teilweise dann doch schon. Schlägt er auf einmal ein, als wenn, keine Ahnung, er weg will. Oh, Alter, das ganze Teil rutscht in die Elefantösen. Scheiße, ey. Oh. Ich bin Educator. Ich kann nicht Absolutely. appeere Denkler. Ähm. Jetzt dreimal Hupenbettel. Ich habe einfach das Gefühl, dass das generell zu schwer für die Karre ist. Kann sein. Wie viele Tonnen hast du denn drauf? Hm, 18. Ich habe 22. Ja. Ich weiß nicht, also irgendwie ist das schon sehr gut. Alter, der ist aber jetzt komisch gerutscht. Ich brauche hier gar nicht lenken bei der Kurve, Alter. Hm? Teilweise. Okay. Boah, und das regnet sich hierhin ab, ey. Oh. Hast du wieder aufgetragen? Ja. Oh, geil. Ich komme gleich zu dir. Was? Mot, Mot, Mot. Reicht's. Alter, geil. Unter der Brücke kurz Regen weg. Das war geil. Oh, Gewitter. War das schon die ganze Zeit? Bei mir ist kein Gewitter. Boah. wirklich ein abenteuer so zu fahren und am ende schwitzt man nicht gut und wasser blut weil man überall gegen gefahren ist und wasser weil zu anstrengend ist das ist echt irre wieso huppen die alle nicht schwuchteln ne oh toll die s kurven schlängelinie das wird ja witzig alter hier kannst du richtig rumsliden keine erinnern was ich müsste mal echt mal den chat mal anmachen einfach nur aus ne das ist so laut alter weil man die über einige schreien da rein und haben ihr mikro so übertrieben laut oh alter hast du das gehört alter bist du widerlich alter da hatte ich gerade Angst dass das Landwirt rauskommt da ist doch ein Landwirt rauskommt alter du bist so widerlich als die rote das klang gerade als ob du so ein töntschhammer hättest habe ich auch einen kurzen Moment gedacht oh oh Alter bist du widerlich Alter da ist eine Dünssel mit raus gekommen Prozent Prozent weiter mit so was muss ich hier spielen das ist auch widerlich da sind die Nibbel ja noch in Witz dagegen Alter die Hello Kitty Scheiß auf die Hello Kitty strommersen ich geh mal kurz tanken Alter Ja weil du gerade auf Klau musst Alter ich scheiße vom Stuhl mischen du mal was Prozent da war es so wie dann die Ecke ich bin Prozent das stockte mir aber wirklich kurz der Atem wollte MAHN Glück Lücke. Ah! Alter, der gibt kein Gas. Der gibt kein Gas. Alter, ich triff voll. Alter. Was? Alter, der Hänger ist irgendwie komisch. Vielleicht ist er deswegen so selten. Ja, ich konnte gerade kein Gas geben. Sobald man ein bisschen schräg steht. So, hast du jetzt die Scheiße vom Stuhl gewascht? Alter. Du musst eigentlich mal nachfühlen, ob du was hast. Schön richtig reingrapschen. Uah! Alter Schwede, der war echt... Alter, ist das widerlich. Och. Nimm mich auf? Ja, leider. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Ja. 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 Ja, kannst du ja auch nicht mehr. Ist ja alles raus. Ich merke schon wieder. Ohohohohoh, nee. Kommt die nächste Welle angerauscht. Ah. Hä? Alter, da war noch so ne kleine Unterbrechung zwischen dem Furzen. Weißt du? Zwischen und dann. Das wäre echt so ein Ding, Alter. Lass ich uns oder lass ich nicht frei, Alter. Jahreari. Das war diese, diese, dieser da war die Angst, wie hört das an die Dünnflodder wird. Halleluja, Alter. Oh. Die sind echt gefährlich, ich weiß dass euch. Ach, wir sind ja gleich da. Ja, ja, endlich wieder mit einem ordentlichen Lrice-Fahne. Oh, der ist nicht schlecht, aber seine Lenkung ist irgendwie ein bisschen komisch. hinter mir kommt einer während ich will ganz beschissen fahrt heute hier ja viel spaß ein account ein account also dann noch auch noch account falsch geschrieben alter ernsthaft ein account einbewendig vor apfelstuhl alter das war so ein todbringer furz abonnenten minus 1 also gleich über 100 abonnenten weg habe ich eigentlich wieder hallo neue abonnent falls du das hier siehst alter bitte bleibe noch er ist nicht immer so ekelhaft läuft bei ihm weiter diese diese dieser blinker immer klick klug klick klug da schläfst du ein jetzt habe ich auch wieder zu stellen alter spiel jetzt habe ich aber auch hier probleme das heißt wir starten wieder von dort und da raus alter ist das denn alter ist das ein Ich muss den jetzt schon wieder hier abliefern, hä? Hä? Was muss ich denn abliefern, hä? Ach, da rein, ok, ok, ich verstehe nicht. Das ist so eine Mini-Firma hier. Oh, gelevelt. Was? Ja. Damit dann 100.000 Schaden? Ja, ich mach wieder auf zerbrechlichen Fahrten, dann haben wir Fernfahrten, hochwertige und zerbrechliche auf 4. Also zerbrechlich? Ja. Ah, ok. Ja, wir müssen ja sowieso jetzt wieder nach, wie heißt das hier, Mann, ich fahr mal so ein bisschen rum. Oh, wie ich jetzt brauche, dass eine rote Lampe da leuchtet. Der rutscht selbst so, Alter, dass er übel. So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Tschüss.